Bruts! Willkommen zurück zu Clash of... äh... Clans, ja. Ja, hi, ne? Ja. Äh, guten Tag. Ich, äh, hab wohl irgendwie mitbekommen, dass relativ viele Leute aus diesem Clan austreten. Ähm. Was ich ziemlich schade finde. Aber zum Glück ist Loren Azzaro noch da. Das ist die Hauptsache. Braucht jemand den Drachen? Hm. Wir können uns gerne anfordern lassen. Warte, 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 warte. Träger von... Loren Azzaro. Äh, nein, nicht Sprache. Nein. Was? Glippi. Okay, ähm. Es ist Clankriegszeit, ja. Und... Ich bin für diesen Stuff bereit. Denn ich bin eine... Wir wurden gar nicht angegriffen. Ähm. Seit über einem Tag. Nice, Hadi? So, wir haben einen, ja... Klarkrieg. Einen 10er-Klarkrieg. Okay. Okay. Und ich bin direkt mal Platz 3. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Okay, dann müssen wir auf die 3 angreifen. Und die 3 ist auch ein Rathaus Level 9er. Und, ähm... Okay. Ähm. Das sieht eigentlich gar nicht mal so, ähm... Hui. Hui. Also, wenn wir hier reingehen... Und das werden wir tun. Oh. Da steht die Chance gut, dass wir in die Mitte kommen. Da steht die Chance gut, dass wir das Rathaus plätten. Und da steht die Chance gut, dass wir 2 Sterne holen. Also, von daher gesehen... Ja. Wir werden mal schauen. Vielleicht kriegen wir noch ein paar andere Truppen. Ja. Ja. So, okay. Ich hab ja ein bisschen produziert. Und ihr wisst, was das heißt. Ähm... Wir haben standardmäßig 5 Packers dabei. Die werden wir natürlich erstmal hier reinlaufen lassen. Barbarenkönig kommt sofort mit. Boogiekönig kommt auch direkt. Äh, relativ weit drüber. Ähm. Ich werd's ein bisschen weiter höher platzieren. Aber. Es werden direkt Mauerbrecher gesetzt. Die können hier auch problemlos drangehen. Beziehungsweise. Es kann natürlich sein, dass hier noch Bomben oder so sind. Wir warten erstmal ab. Was passiert. Wenn da keine Bomben sind. Lege ich die Mauerbrecher. Dann sind wir hier drin. Und wenn spätestens dann der Mageltum kaputt ist. Äh. Ja. Kommt dann ein Wutzauberein. Und der macht dann alles. Gebot. Sie wissen Bescheid. So. Was haben wir noch gekriegt? Ein paar Barbaren und ein paar Magier. Perfekt. Alles klö. Vieles Dank meine lieben Beruts. So kann man auf jeden Fall angreifen gehen. Ähm. Lass knacken. Wir werden gleich noch ein bisschen drüber reden. Wie das ist. Von wegen alle verlassen den Clan. Oder alle. Was heißt alle. Nicht alle. Aber ich habe wohl irgendwie gehört. Von einigen. Dass sie den Clan verlassen haben. Und generell. Die übliche Leier. Gut. Pallaben waren nicht so rum. Wie gesagt. Greifen wir an. Perfekt. Gut. Ja. Sollte eigentlich in die Mitte gehen. Wenn es geht. Na kommt. Irgendwann die andere Truppe auch noch rein. Oh Gott. Diese Magier. Sie machen mich kaputt. Der Stern ist geschafft. Aber zwei Sterne. Wollen wir anscheinend nicht haben. Weil die Packers nicht reingehen wollen. Die wollten nicht reingehen. Jetzt laufen sie alle nach außen. Das ist ziemlich geil. Kann man auf jeden Fall arbeiten damit. Hätten sie easy zwei Sterne holen können. Und dann sowas. Vielleicht ändert sich das ja noch. Wir haben ja noch ein paar Magier. Ein paar Packers haben wir auch noch. Und wenn wir dann daran denken. Dass wir immer die äußere. Dass die Magier immer schön nach außen laufen. Während die Magier. Dass die Packers immer schön inlaufen. Während die Magier nach außen laufen. Wie das gerade auch der Fall ist. Dann habe ich hier nichts. Das muss es zu befürchten. Weil wir haben noch drei Packers. Ja. Es sind noch drei Stück. Und auch hier gerade. Wo man sieht. Okay. Die Magier. Machen die Bogeytürme. Und die Bogeytürme. Also wir könnten sogar noch drei. Ich will es nicht aussprechen. Weil es ist nur noch eine Minute. Und das kriegen wir nicht hin. Mit diesen drei Magiern. Mit diesen zwei Magiern. Und den drei Packers. Zwei Sterne könnten allerdings Realität werden. Realität. Hauptbefehl. Ja. Okay. Es ist krass. Zwei Sterne. Hätte ich jetzt wirklich nicht mehr gedacht. Ah. Ding, ding. Levelaufstieg, Bruders. Innerhalb eines Kampfes. Und wir haben drei Sterne. Das hätte ich echt nicht vermutet. Dass wir das noch irgendwie hinkriegen. Es sah halt erstmal so aus. Ja toll. Wieder verkackt. Die Packers laufen außen rum. Die sollten eigentlich nach innen gehen. Ja, geile Sau. Aber da hat alles gepasst. Und somit drei Sterne. Ja. Brud. Ja. Wofür haben wir denn jetzt das Level abkassiert? Ich weiß nicht wofür. Vielleicht für das Abbauen des Rathauses oder sowas. Ich weiß nicht. Was ich da gerade eben kaputt gemacht habe. Dass wir dann das Level abkassiert haben. Mhm. Gut. Dann würde ich sagen. Lasst direkt knacken. Und kämpfen. Ja. Ja. Aber mal gucken. Ob dieser Clankrieg. Ja. Ob das ein Sieg wird. Ich gehe nicht davon aus. So wie immer. Weil wir sind jetzt zwar ganz leicht in Führung. Aber wir haben ja Angriffe als die Gegner. Und ihr wisst ganz genau. Das hat nichts zu bedeuten. Und das bedeutet auch gar nichts. Hm. Lauchdorf konfirmt. Auch die Boogies sterben direkt von dem ganzen Zeug. Also die Boogies sterben echt von einem einzigen Mauer, äh, Minenwerfer. Hielt das echt hammerhart. Komm, jetzt geht doch mal zum Magiaturm. Oh Gott. Ja, ja, ja. Drrrr. Nun. Geklatscht. Ade. Läuft, Tendo. Oh. Na. Hui. Ah, ich hab da mal auch schnell gemacht. Aber. Sowohl ich als auch ihr wisst. Und habt gesehen. Das war total unnötig. Egal. Ich hab ja das Geld. Das ist Alexia. Vor Truppenproduzierung. Zwei Päcke. Ne, ich wollt grad sagen. Ja, wenn nur noch zwei Päcke zu kriegen, das wär traurig. Das wär nicht nicht traurig. Das wäre auch vollkommen. Ja, fake, ne? Das hätte ich nicht. Angenommen. Aber ich denke mal, ich setz mal genug Vertrauen in den Päcke, dass er es schafft, hier alleine alles kaputt zu machen. Wenn nicht, kommt der andere Päcke mit seinem einen Lebenspunkt noch und staubt dann den Bomben zum Kill ab. Passt auf. Passt auf. Schade. Was hab ich gesagt mit seinem einen Lebenspunkt? Aber auch hier wieder 100% Tendo geholt, was auch natürlich klar ist. Ja. Wunderbar. Sehr gut. Okay. So langsam füllt sich die Schatzkammer wieder. Ich könnte doch direkt hier. Wart mal. Das machen wir auch. Das Besondere dabei ist, die Fähigkeit wird freigeschaltet, wenn wir sie verbessern. Und wir lassen uns nicht lumpen. Wir tun das. Boogie-Schwesters Level 5. Incoming in zwei Parts. Bleh. Wobei in drei Parts. Wahrscheinlich. Mal gucken. Jedenfalls haben wir es geschafft, die Boogie-Schwesters endlich mal zu verbessern. Mit Bruder aber auch mal Zeit. Oder wissen sie Bescheid. Jo. Hm. Ich würde sagen, wir machen das mal hier. Lassen wir hier quasi eine ganze Boogie-Armada drauf. Steigen. Das war so klar. Ich habe mir diese Lücke schon fast so gedacht, dass da was ist. Aber die Kanone sollte eigentlich geklatscht sein. Nein, es hat jemand im Leben keinen Brutz. Hm. Das ist ein Stern. Aua. Mehr zwar dann nicht. Also ich denke mal so 58 Prozent oder so. Ja. Aber das wäre es auch. 64 Prozent. Von woher man das gerade eben gekommen ist. Ah, gut. Ja. Geil. Brudel. Sehr schön. Nächste Mauer. Oh, es sind einfach nur noch zwei Mauer und dann können wir direkt ins Rathaus investieren. Und ich sage euch, dann kommt auch der Meisterhütte-Level-4-Stream, wo wir die Meisterhütte auf hier pumpen wollen. Ähm. Es sind einfach noch 200.000 und die nächsten holen wir uns vielleicht jetzt. Die nächsten 70.000 oder so. Wir müssen schauen, aber wir müssen schauen, aber boah, das war, oh Gott, ey. Gut, dass ich mich dazu entschieden habe, nicht da unten reinzugehen, wo wir ja schon die Boogies gesehen haben. Also ihr wisst, ne? Ich habe erst mal überlegt, hier unten reinzugehen, so. Und dann das alles kaputt zu machen. Gut, dass ich mich dazu entschieden habe, hier reinzugehen. Auch wenn das natürlich klar war, dass hier die ganzen Sprungfallen und so sind. Und so weit und so fort. Das war natürlich klar. Ja. Das, also man konnte da schon fast mit den Stoßfallen rechnen. Das ist mir aber erst dann auch erst aufgefallen und eingefallen, als ich, naja, als es zu spät war. So, jetzt könnte man überlegen, okay. Oben ist nur der Boogie-Turm. Er hat noch gar keinen zweiten gebaut. Das heißt, wir können hier oben seelenruhig die Mine kaputt machen. Können quasi hier so reihum. Ich zeige euch das jetzt mal. Also es gibt ja hier so keine weiteren Gebäude draußen, außer jetzt den Uhrenturm. aber der ist mir auch relativ egal. So. Schon alles verteilt. Und jetzt rücken die Truppen ein bisschen zusammen. Aber mehr ist da jetzt leider auch nicht. Ja. Mehr konnte man da jetzt auch nicht mehr tun. Ah, wir haben das trotzdem gewonnen, Alter. Heute scheinen wir echt die größten Vollidioten zu haben. Dass wir die meisten Kämpfer halt nur am Gewinnen sind. Naja. Die Tilsen-Mann, du Bruders. So, okay. Ich würde sagen, äh... Weiß nicht. Sollen wir ihn mal angreifen? Achso, wir können das gerade live verfolgen. Oh. Ja, komm. Ich würde sagen, das tun wir mal. Tilsen-Mann verteidigt. Crazy Craft. Crazy Craft drückt an mit Bully-HDs. Aka-Krasser-Schaden-Tendo. Aka, da brechen es auch die ganzen Bullis durch. Die ganzen Truppen sollten eigentlich alle in Sekundenschnelle... weggerattert sein. Ich fahre die Magier an. Und auch die Mauern brechen alle voll kaputt. Boah, Bowler sind echt so harte Truppen, ne? Weil... diese Steine... Capriesters... Boah... Crazy Craft haut richtig auf die Kacke. Erstmal... die Bowler booten. Dann alles sämtliche looten, das quasi da durchfliegt. Ballons ETC. Krasser Angriff. Ich meine, natürlich muss man sagen, er ist... dem... äh... Dorf von... Till schon einiges voraus. Aber trotzdem... Krass, weil die Angriffstaktik eines etwas höherrangigen zu sehen. Ich glaube, er ist Champion, oder? Hammerharte Geschichte am Ende des Tages. Ja, ja. Hm. Okay, ähm... Ich würde mal sagen, wir beenden den Part. Und beim nächsten Mal werden wir uns die letzte Mauer ziehen. Und dann geht's auch schon in den, äh... Rathaus, äh... Meisterhütte, Level 4 streamen. Weil wir haben dann quasi alles... soweit... Wir haben alles gemaxed. Das ist alles. Zack. Und wir haben dafür jetzt über einen Monat gebraucht, oder so. Das ist echt heftig. Aber gut. Kampfmaschine, oh mein Gott. Wir könnten sie zwar nicht bezahlen, aber... Das klickt nach einem guten Rahmen. 900.000... Ah... Kriegt man hin. Na gut. Brutz, ich bin raus. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Klicks.